Oh ja, Senti, jetzt gibt es das nagelneue Weihnachtsglücksrad-Battle. Bist du bereit? Oh ja, ich freue mich schon. Und los. Und hey, Freunde, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, bevor wir jetzt mit diesem Video anfangen, es würde mich super doll freuen, wenn ihr dem Video jetzt mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, abonnieren und Glock aktivieren, es würde mich auch mega doll freuen und unterstützen, Freunde. Und ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, wir haben heute ein Weihnachtsglücksrad-Battle. Also, da sind so Weihnachtsschwerter drinnen und so. Und warte, wir haben hier erstmal unsere Rüstung und unseren Bogen für das Glücksrad. Und ich ziehe das mal kurz an. So, bist du schon bereit? Warte, ich muss erstmal ein bisschen trainieren. Oh ja, okay, perfekt. So, heute machen wir acht Kämpfe. Ja, also, wir müssen sofort direkt wieder loslegen, wenn wir sterben. Also, keine Trödelzeit, okay? Hey, du bist doch hier immer der Trödel-Master von uns. Äh, warte mal, was sagst du da? Und los. Los geht's. So, wir haben jetzt Orange, also haben wir ein Eisschwert. Ah, okay. Wir beide haben jetzt ein Eisschwert und dann kämpfen wir direkt los. So, ich esse einen Goldapfel. Okay, ich esse auch einen Goldapfel. Ich habe eine ganz besondere Taktik. Ja, okay, es geht los. Oh, hier, los geht's. Meine Taktik ist gewinnen. Los geht's. Nein, gewinne ich. Oh, niemals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe geübt. Und, yeah. Oh mein Gott, das war schon sehr knapp. Das kann doch nicht sein, ey. Nicht Trödel, weiter geht's. Hey, weiter geht's. Nein. Nein. Danke. Ach, Mann. Mann, oh Mann. Okay. Aber, Freunde, es geht direkt weiter. Heute haben wir acht Kämpfe. Und du darfst direkt die nächste Farbe auswählen. Okay, und ich wähle grün. Was ist wohl im Grün? Oh, ein Frostschwert. Ich friere schon. Das ist mega okay. Das hat doppelt so viel Angriffsschaden als das Schwert davor. Oh, was ist denn da? Das ist auch super kalt, das in der Hand zu halten, ey. Oh, ja, das friert meine Hand hier ab. Meine auch. Oh, okay, so. Ich würde sagen, es geht direkt wieder los, ja? Oh, ja, komm her. Okay, komm. Warte, du willst mit Bogen gehen und los. Und die war's. Jetzt riß ich nicht mit dem Bogen. Ey, natürlich. Oh, yeah. Und PENG. Ah. Ich spame dich voll, Daniel. Ah, komm schon. Okay, komm, ich gehe mit dem Schwert drauf auf. Okay, komm schon. Was? Okay, da mit dem Bogen. Und. Ja. Was? Ja, perfekt, ey. Freunde, da seht ihr mich stark. Das Schwert ist also zwölf Angriffsschaden. Das ist echt viel, oder? Ich war ja sofort kaputt getreten, ey, mit dem Schwert. Schlag mich mal einmal damit. Oh, ja. Oh, drei Herzen. Oh, ja. Oh, komm her. Hey. Okay, so. Ich will die nächste Farbe aus und ich will einfach mal. Äh, warte mal, das ist rot. Okay. Rot, rot, rot. Rot. Und. Oh, wieder so ein Eisschwert. Aber das ist ein bisschen schwächer als das andere. Oh, ich kann keine Eisschwerten in der Hand mehr halten. Ich friere mir einen ab. Ich bin eine Frostbeule, Daniel. Was soll ich denn sagen? Ich bin nackig. Hey, zieh dich wieder an. Ich will das nicht sehen. Okay, tut mir leid, ey. So. Und es geht los. Okay. Ich will essen. Let's go. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt werde ich gewinnen. Es steht 1 zu 1. Aber jetzt steht es 2 zu 1. Oh mein Gott. Für wen wird es jetzt 2 zu 1 stehen? Komm schon. Nein. Ja. 2 zu 1 für dich, Santi. So, dann würde ich sagen, du darfst wieder die nächste Farbe auswählen. Und was nimmst du? Ich muss kurz überlegen. Ich muss überlegen. Überleg, überleg, überleg. Ich habe überlegt. Okay. Hey, Freunde. So. Meine Lieblingsfarbe. Hä? Lila? Oh yeah. Los geht's. Okay, warte mal. Aber bevor wir jetzt da reingucken. Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Und mögt ihr eigentlich Weihnachten? Also, ich finde Weihnachten mega schön. Und du? Natürlich. Da fragst du noch. Wer findet nicht Weihnachten toll? Genau. Weihnachten ist die coolste Zeit im Winter. Und eine Kristallall. Kristallall Eisachs. Also, langsam fährt mir wirklich alles ein. Das ist super kalt. Kristallachs. Oh, mit dieser Axt fühle ich mich ein bisschen wie Thor mit seinem Hammer. Also, ich fühle mich wie ein Holzfäller. Oh yeah. Ich fühle mich wie ein Eisfäller. Und los geht's. Oh yeah. Okay, okay, okay. Okay, mit Bogen wieder. Oh, wenn du willst. Okay, dann mit Bogen. Und peng, peng. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Macht der viel Schaden? Oh ja, eigentlich schon, ey. Ich bin fast tot. Oh ja. Und komm her. Okay, jetzt bin der Axt drauf. Okay, komm schon. Goldapfel. Und los geht's. Oh mein Gott. Wie viel Schaden macht die? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ich war tot. Komm her. Oh, wie viel Leben hast du noch? Okay, das ist wirklich spannend. Ich hatte gerade noch zwei Herzen. Was zum Geier? Und was? Okay, jetzt habe ich... Oh. Okay, ich esse noch einen Goldapfel. Noch einen Goldapfel. Du musst wissen, wir haben nur acht Stück insgesamt. Oh ja, ich weiß. Das bedeutet eine Runde muss ich aussetzen. Ganz genau. Und... Und jetzt muss ich doch gewinnen. Nein. Oh mein Gott, ich habe ein halbes Herz. Warte mal, wie viel steht jetzt? Drei. Drei. Nicht, oder? Okay. Ich wähle die nächste Farbe. Und die nächste Farbe ist meine Lieblingsfarbe. Yeah. Pink. Das ist gar nicht mein Lieblingsfarbe. Egal. So. Wow. Das Schwert ist mega cool, oder? Warte mal. Oh, schmeckt auch super lecker. Hm, stimmt. Das ist ein Süßigkeiten-Schwert. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe einen Goldapfel mehr als du. Und weißt du was? Da ich in Führung bin, schau mal, Daniel, was ich mache. Tschüss. Tschüss. Was? Hast du gerade alle weggeworfen? Das war mein einziger, den ich hatte. Ich habe jetzt keine Goldapfel mehr. Ich habe noch vier Stück. Was? Na ja, dann würde ich sagen. Und los geht's. Als ob ich so viel gefressen habe. Oh Mann, hey, so. Hey, guck. Oh nein. Und ultimativer Weihnachtsschlag. Ach Mann, du hast mich abgezogen. Oh yeah, warte mal. Du hast jetzt gar keinen Goldapfel mehr. Kann ich mir bitte einen geben. Sag, bitte Weihnachtsmann Daniel. Bitte Weihnachtsmann Daniel. Bitte schön, hast du einen Goldapfel? Ich habe immer noch zwei Stück. Dankeschön. Hey, träumst du dich? Ja. Das finde ich auch. Perfekt. So, du darfst die nächste Farbe auswählen. Oh yeah, was hat man da noch nicht? Ich glaube, wir hatten gelb noch nicht. Gelb. Okay, was ist denn gelb drin? Und? Oh, eine Weihnachtsaxt. Ey, perfekt. Das sieht auch cool aus. Oh yeah, das ist super cool. Okay, mit einem Kumpel da. Ich teile mir den Kumpel ein. Und jetzt werde ich den Bogen zerstören. Oh, komm da. Okay, oh, okay. Oh, was ist denn jetzt los, Daniel? Oh yeah, jetzt habe ich den Bogen raus. Oh yeah, ich merke schon. Du bist ein richtiger Bogenschütze geworden. Komm schon und zack. Oh oh. Hast du Angst? Was? Ich habe doch keine Angst vor dir. Ich mache dich fertig. Niemals. Ey, ich zersnitzel dich einfach mit dem... Ah! Und komm her. Oh Gott, oh Gott. Oh. Nein. Oh, nein. Ich habe das nur gegessen. Ich hatte ein Herz und ein halbes Herz, ey. Aber... What? Yeah. Manu. Oh, der Goldapfel. Aber ich würde sagen, ich nehme direkt mal blau. Und... Oh. Äh, Schneebälle. Warte mal, Schneebälle? Schneebälle mit Steinen drinnen. Was macht das Schaden? Ja, in der Schule haben die mich immer damit abgeworfen in mein Auge. Äh, bei mir auch, aber ohne Schnee. Nur mit Steinen. Ja, bei mir auch. Hey, zieh dich aus. Äh, warte mal. Was? Natürlich. Wir müssen wie echte Männer kämpfen. Wie Gott und Schuf. Gott und Schuf? Ja, los geht's. Ach so, okay. So, dann los. Wow. Oh mein Gott, die machen echt viel Schade. Was, wirklich? Oh ja. Oh ja, eigentlich schon. Oh ja. Ich hab nicht mehr so viele, muss ich sagen. Warte mal. Ich auch nicht. Und los. Und los. Hey, ich hab noch richtig viel Lebe. Ja, ich hab gar nichts mehr. Was? Oh mein Gott, ich hab auch keine mehr. Oh, dann mit dem Bogen drauf. Okay, okay, okay. Und? Ja. Ah! Was? Hä? Unentschieden? Unentschieden. Wir haben uns gegen das eigentlich abgeschossen. Was? Aber weißt du was? Du schenkst mir den Punkt, oder? Warte mal, als ob ich so. Oh ja, okay. Ich schenke mir den Punkt. Okay, so. Dann wähl die nächste Farbe aus. Okay, ich glaub das ist die letzte Runde. Du hast noch eine Chance zu Unentschieden. Oh ja, dann. Oh, stimmt, Freunde. Lass alle jetzt einen Like da, dann haben wir ein Unentschieden. Und das wäre das Perfekt echt. Und pink, schwarz. Schwarz, okay. Ein Kristalleisschwert. Okay. Und ich hab den Vorteil, ich hab noch einen goldenen Apfel. Auch, den du mir geschenkt hast. Das war die falsche Entscheidung. Aber das wird jetzt das finale Battle zwischen uns. Wer das gewinnt, der ist der ultimative Gewinner. Es geht los. Hey, Moment mal. Oh, oh, du hast was vergessen. Warte mal, was hab ich denn vergessen? Was denn? Deine Rüstung. Yeah. Ich hab gewonnen. Oh, Mensch, was war das denn? Hey, du hast einen Plattkopf. Weißt du was? Was willst du noch mal? Und los. Nein. Oh, yeah. Jetzt steht es 10 zu 3 für mich. Ach, Mann, du hast ja gewonnen. Ich gebe mich geschlagen, Weihnachtsmann Daniel. Und ich hab noch deinen Goldapfel. Ich auch. Okay. Als Belohnung kriege ich einen warmen Kakao von dir, okay? Warte mal einen warmen Kakao. Du kriegst nichts von mir, okay. Ich geb dir einen. Bitteschön. Perfekt. Oh, yeah, Freunde. Eine heiße Schokolade-Kakao. Lecker. Okay, Freunde. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig für einen Like freuen. Und, Freunde, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, schaut doch bei Senti vorbei. Da haben wir auch noch megacoole Videos gemacht. Und, ja, ich würde damit sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und tschüssi. 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 Tschüssi.